Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute von meinem neuen siebentägigen Yin und Yang Yoga Programm auf YouTube erzählen. Ja, im Mai geht es los und da werde ich euch zwei Klassen pro Tag anbieten und zwar eine eher aktivierende Morgenpraxis und eine eher beruhigende Abendpraxis. Und das Gute ist, die Lektionen sind nicht länger als 10 bis 15 Minuten. Ich hoffe sehr, dass sich das für euch gut in den Alltag integrieren lässt. Und man kann natürlich die sieben Tage so hintereinander machen. Man kann natürlich aber auch das berühmte Pick and Choose machen. Das heißt, du kannst natürlich jede der einzelnen Tage auch irgendwann machen, auch zwischendurch, wann auch immer du möchtest. Die Klassen sind ja dann da. Ich werde sie einfach im Mai jeweils eben eine Klasse am Morgen und eine Klasse am Abend dann live stellen. Aber eben so, dass du rechtzeitig Zugriff darauf hast und ja, du kannst dir dann die Playlist hinterher vorhalten, so dass, wenn du Lust hast, einfach dann auf jede Klasse, auf jede dieser 14 Klassen immer wieder zugreifen kannst. Ich würde mich also freuen, wenn du Lust hast, die Klassen einfach dann mal auszuprobieren, falls du meinen Kanal noch nicht kennst, Yvonne's Yin und Yang Yoga. Oder eben, wenn du den Kanal schon kennst, kannst du ihn so vielleicht auch nochmal neu entdecken. Ja, ich hoffe, das ist für euch hilfreich mit diesen zwei kurzen Klassen pro Tag für sieben Tage am Stück. Es kann auch helfen, dann eine regelmäßigere Routine aufzubauen, falls dir wie so der Einstieg fehlt, dass du regelmäßig eigentlich gerne Yoga machen möchtest, aber selber so den Einstieg nicht findest, helfen dir vielleicht diese Impulse auch, dabei zu bleiben nach den sieben Tagen. Und ja, lass mich doch einfach wissen, ob du Lust hast, mitzumachen und ob du Fragen hast. Dieses Video werde ich jetzt einmal auf Instagram teilen, um dort mit euch darüber zu sprechen, was ihr euch vielleicht auch sonst noch wünscht oder ob ihr Fragen habt. Und natürlich auch einmal direkt auf YouTube, so dass ihr auf welchem Kanal auch immer mit mir in Kontakt treten könnt. Und bitte gib mir doch auch dann Feedback, wenn es soweit ist. Ich werde dann aber natürlich den Launch von dem kleinen Programm auch nochmal kurz vorher ankündigen. Also, ich freue mich auf euch und ja, ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird. Herzlichen Dank und noch einen wunderschönen Tag, eure Yvonne. Herzlichen Dank und noch einen wunderschönen Tag.